... bis 2019 nur noch 307.000. Grund für den Rückgang ist die anhaltende bessere Luftqualität in Europa, so wie günstigere Wetter auch die geringen. Anfang der 90er Jahre sahen in der Europäischen Union rund eine halbe Million Menschen jährlich. 2005 waren es bereits nur noch 450.000. Die schlechte Luftqualität ist aber weiterhin eines der größten Ungerechtigkeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein elektrischer Reichweite bei schnellerer Ladezeit und mehr Konnektivität als je zuvor. Den Renault Zoe E-Tech gibt es jetzt ab 79 Euro monatlich für ADAC-Mitglieder mit Ex- Der Wind auch im Süden kann sich dagegen belegen, sich die Sonne wieder durchsetzen. Auch am Freitag läuft der Winter noch nicht locker, aber der Samstag fährt immerhin schon wieder etwas ruhiger aus. Wir wollten nie viel Euro sein, aber wie sich zeigte, sind wir reche. Unsere Welt steht am Anfang mit einer besseren Zukunft. Hallo? 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. ARD Text im Auftrag von Funk